Zeitig, ja zeitig mit Willkommen bei den Wacken Winter Nights. Leider ist das Motto der Veranstaltung hier sehr wörtlich genommen. Und wir spielen auch noch auf der Eis-Stage oder so. Da kann es so wärmer sein als draußen. Aber zum Aufwärmen könnte man ja eine Runde Tischfußball hier spielen. Das ist echt nicht ethisch mit Tischfußball. Kein Ball, oder? Ja. So, schau und zeig uns mal die Bühne, wo wir spielen heute Abend. Okay, dann komm mal mit. Das hier ist Theater of Grace. Theater of Grace, ja. Dann sehen wir hier diese Überdachung und die gehört zum Eispalast, wenn ich das richtig weiß. Richtig, oder? Und da spielen wir, oder? Da spielen wir. Hey! Mach mal eben kurz aus, ja. Mach mal kurz Pause. Die Knutsch-Szene will ich nicht mit aufnehmen. Ach so, da fällt mir ein, hier, wann sind wir Montag in Berlin? Wie viel Uhr tauchen wir da auf nach der Mitte? 16 Uhr. 16 Uhr? Langweilig. Ja, dann können wir weitermachen. Also, das hier ist der Eis-Verlast und da werden wir dann heute spielen. Ah, das sieht ja schon sehr offiziell aus. Ja. Wir haben sogar ein Screen heute auf der Bühne. Ja. Naja, mir ist echt kalt. Weil wir haben hier, ähm, Minus, äh, Minus gerade. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein, ne? Okay, tun wir das. Kein Trinklied. Ihr seid musikwürdig auch noch. Ja, kein Trinklied auf jeden Fall. Können wir auch noch haut mit keinem Stein machen. Das passt auch ganz gut. Mit der Bass, ne? Genau. Können wir klatschen. Ähm. Ja. Sollt ihr euch da allein? Ja. Nein. So, aber kann man hier nicht einmal in Ruhe arbeiten? Sorry. Das passt oder was? Das ist jetzt dieser neue Song. Nein, 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 nein. Wir hören das nicht in unserer Freizeit. Ist nicht so. Ist wirklich nicht so. Also keiner von uns. Alex, sag doch mal in die Kamera, wie findest du denn deine Performance auf der Live-CD? Wir sehen hier Kevin an seinen unglaublichen Drum-Skills. Sehr geil. Boah. Er geht richtig ab heute. Halt Mann! Scheiße! Das ist ausreden bevor es überhaupt los geht. Nur ausreden hier. Soll ich hochschreien und irgendwas reinschreien? Nein. Ja. Soll ich machen? Nein. Du machst das, ne? Ja. So, wacke! Los geht's! Das ist mein Gläschen. So, wacke, los! troops." Du hast zuksen. Das ist schwer beispielsweise mir. Jungs! Ist das Mikrofon an? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute werde ich meine Weichte ablegen und hoffentlich auch meine Absolution. Also, sag mir deine Sünden, mein Sohn. Sie sind zahlreich, o Vater. Ich spiele in einer miserablen Band voller komischer Menschen und machen schlechte Musik und obendrein sind wir der Kirche gegenüber nicht immer, ich sage mal, ganz aufgeschlossen. Ich weiß Ihnen auch nicht, was soll meine Buße sein, Vater? Das weiß nur Gott allein. Aber wenn nur Gott das weiß, warum sitze ich dann hier? Man sagt immer, der erste Schritt zur Besserung ist, den Fehler einzugestehen, den man begangen hat. Also fange ich jetzt bei Saltatio Mortis an oder was? Ja. 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 Ich, Herr. Ja. 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 Musik Musik Könnt ihr mir erklären, was ihr hier gerade macht? Musik 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 Ich glaube, wir sind auf den richtigen Fernseher. Ich glaube, wir sind auf den richtigen Fernseher. Wir sind auf den richtigen Fernseher.